Was ist das eigentlich für ein Land, in dem der Himmel so ausschaut? Denkst du nicht auch manchmal, dass man woanders leben sollte? Irgendwo, wo immer die Sonne scheint. Frankreich. Marseille. Sag mal, Paul, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Sag doch mal die Wahrheit, Paul. Mal wirklich jetzt. Das haben wir früher mit unseren Freunden immer gemacht, als Test. Das hat immer funktioniert. Irgendwas kam immer raus. Mensch, Paul, was machst du denn? Was machst du denn für Sachen? Ich vermisse den einfach so. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich machen würde, um den zurückzukriegen. Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass wir uns irgendwie schon viel, viel länger kennen, als wir uns in Wirklichkeit kennen? Nein. Das wirst du also sehen, wie das ist, wenn ich aus der Haut feier. Das kann ich mir auch vorstellen. Weißt du warum? Weil du nämlich zu einer offenen Emotion überhaupt nicht fähig bist. Zeig mir doch mal, was mit dir ist. Du bist feige. So? Hat mich eigentlich nicht so überzeugt. Und wenn wir dann weitergelegt. Das kann icharı nicht. Ich hoffe, dass wir nicht. Wir sehen Bereitungen. Untertitelung des ZDF, 2020